Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen bei unserer Reise hier auf der Insel in Sons of the Forest. Und am Weg nach Hause bin ich hier an diesem Lager vorbeigekommen, das ich mir gerne angucken möchte. Da ist einer. Haben wir mehr als einen? So, dann ciao. Ciao. So, das war die einzige hier, ne? Nehmen wir doch glatt mit. Oh, ein bisschen Geld und Draht. So, so. Gut. Ähm, was gibt's denn hier noch Schönes? Ach, hatten wir auch schon. Ach, guck mal hier, Stoff. Da kommt schon wieder einer. Oh, der sieht stark aus, ey. Au. Scheiße. Oh, jetzt bin ich aber mal gespannt. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Der ist straight da hingegangen. Ich glaube, der ist knatschig. So, hat er mir gedroht, ne? Ey. 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 irgendwie schießt die aber nicht so gut. so. Ey. 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 ich was klauen hier und hier gleich die goldene maske der clown wir holen uns mal das restliche zeugs hier raus gut gut und dann geht es mal weiter nach hause ich glaube jetzt sind die hier echt knatschig auf mich da hinten kommen schon wieder welche deswegen wird es wohl zeit dass wir hier verschwinden ok seile sind voll den habe ich noch gar nicht gesehen hier also wer bist du denn alter das war nicht gut er ist gut er ist wirklich gut wie schuss habe ich denn noch da ein schlag noch und dann bin ich tot alter was soll das ich habe auf den geschossen damm na tolle wurst wir haben noch gar keine chance hier oder sicher auf die fresse hier jetzt habe ich auch keine schussmänner aber das hier ja genau das gab es im update hier man kann jetzt die sachen hier auf hotkeys legen und das hatte ich mit der knarre noch nicht getan aber machen wir jetzt mal ne calvin ist aber noch irgendwo dabei ja der ist noch irgendwo bei mir der eine typ war echt hart gerade ne jetzt müssen wir erstmal aufpassen ich will jetzt erstmal nach hause wo hänge ich denn da die richtung die richtung wird zeit na gut sterben kann man immer mal war der war echt übel drei schläge hat rüstung und alles kaputt gemacht na ja also wenn das hier richtig ist nach ja aber das müsste passen und genau an den oldtimer ich habe da jetzt was rausgefunden wie man sich das markieren kann und zwar sammelt man ja hier diese chips eventuell klappt das mit diesen gps sendern dass ich mir hier ein einfach irgendwie hinlegen hier mal ausrüsten diesen peilsender soll den kann ich jetzt hier irgendwie ablegen hoffe ich so ne wo ist er denn jetzt den möchte ich gerne ablegen weil hier könnte man ja einstellen zu hause gut würde ich den hier irgendwo gerne hin tun aber wo haben wir irgendwie sowas wie harz irgendwie was womit ich das ankleben kann vielleicht aber das kann man auch gar nicht kombinieren hier irgendwie nach man kann das höchstens ausrüsten ja aber wie kann ich denn jetzt hier dann sagen wie kann ich so ein peilsender hier äh dings benutzen benutzen das war eine gute frage hätte ich jetzt gedacht den könnte man schön hier weißt du den könnte man schön hier drauflegen ne also die taschenlampe ist ja auch echt für ein eimer ne die leuchtet auch nicht gut also die lichtquellen hier das ist und sonst so eine sache wo ich sagen muss manco so am besten jetzt aber mal speichern hier ja so die daschenlampe die daschenlampe die lege ich mir mal auf die 6 wirst du mir jetzt aber erstmal die axt aus so da hinten kommt der kollege ich habe durst und vor allem hunger ne lege ich die taschenlampe doch mal wieder weg bitte ähm ähm wie lege ich die denn jetzt bitte weg ne lege ich die doch mal außer hand nimm mal eben das feuerzeug hier achso mit l ja alles klar links l l wie left ok verstanden so wollen wir mal sagen ich habe keine dosenöffner ne das ist blöd so wie viel bringt das gerade mal halb ok erst noch ein paar hiervon wie viel haben wir davon haben wir genug dann erst davon noch ein paar wunderbar schmeißt in den medizin auch das ist immer gut so ich wollte wie gesagt jetzt erstmal so eine hasenfalle bauen so angeblich kann man jetzt mit escape auch das buch wegpacken genau sehr geil gemacht so die vogelhaus da wollte ich ja auch noch bauen dann bauen wir uns hier warte macht hier ist doch cool ja komm mach auch so hin und dann machen wir ganz viel sticks bam fertig und schon eine fehler collected cool es war noch kein vogel da aber ich habe schon mal federn das ist doch gut so was können wir denn noch bauen eine vogelscheuche soweit sind wir noch nicht kleintierfalle dafür muss ich dann aber erstmal wieder sticks sammeln die setze ich mal hier hin ok sticks sammeln da war nichts hier gibt es auch nur blätter hier aber ultimativ gut so ach ja ich wollte sowieso noch mal prüfen hier ich habe ja so viel baumstämme weg gehauen die sind leider nach dem einloggen weg ok das ist ein bisschen schade die hätte man in so einem baumstämme halter packen müssen ja ok weiß ich fürs nächste mal bescheiden ja ich hätte jetzt mit diesem gps sender hätte ich jetzt echt gedacht man kann hier sein heim macht ja auch eigentlich die sind ne einer fehlt noch ein stick hier war er doch so zack ach so ich kann die auch auslösen ach du ahnst nicht Calvin oh du pfeife du löst die nicht aus dann ist ja gut ok jetzt wollte ich mal weiter gucken eine fischräuse die könnte ich mir auch noch mal bauen ne eine fischräuse die ich nicht ins wasser setzen kann ne das macht voll sinn das macht total sinn hier hä wie soll denn da jetzt bitte fische reinkommen wo sei Calvin denn da sammeln mal stöcke hier so ha fischräuse wieso kann ich die nicht im wasser setzen was ein blödsinn ernsthaft das ist ja mal blödsinn so was können wir denn noch schönes bauen aber ich will alles mal ausprobieren hier fallen knochenmacher fallen ja leider keine happy birthday trap ne die fehlt mir tatsächlich noch beobachtungsturm baumplattform baumunterschlupf ja die will ich auch alle noch bauen ne ein bett ausstöcken ja das bett muss ich tatsächlich mal bauen weil das wird sicherlich äh unser speicherpunkt werden können so dass wir den jagdunterstand hier erstmal weghauen können ne ähm hallo hä irgendwie ist das gerade sehr komisch hier so das heißt wir brauchen jede menge stöcke jede menge stöcke guck mal hier hat er schon ein paar wir werden auch selber sammeln gehen müssen denke ich mal ja bringt ja nix wenn wir kelvin alles alleine machen lassen na bisschen was musst du auch arbeiten jung ja ja eigentlich war das jetzt doof mit den dings dass ich die ganzen schuss verbraucht habe weil ähm ja warum war das doof erstmal werden die sich rächen dieser große mit der maske ey der damit seiner keule auf mich gezeigt hat ne so stöcker 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 ja hier ist nicht so wie im ersten teil wo alles stöcker waren da der ein stock nur ne aber jede menge blätter blätter haben wir ja immer ganz viele gesammelt da braucht man sich zumindest mal nicht für anstrengen woher der hat vier stöck gegeben geil der gibt keinen was da ist wieder nix bei runter gefallen da auch nicht verstehe mal einer wer will hier hier sind noch stärker da war jetzt auch nur zwei stück drin oder was ja ja aber hier gibt es ja noch von den bäumchen hoffe ich das war früher definitiv ein stockbaum das hier. Die geben ja alle keine Bäume mehr. Äh, keine Stöcker mehr. Okay, macht das Stöcker-Sammeln nicht einfacher, ne? Einer. So. Hier ist doch mal eine ordentliche Reihe. Ah ja. Jetzt sind wir erstmal wieder voll mit Stöcken. Jut, jut. Können wir die Fischreuse fertig bauen? Fischreuse, wann auch immer ich damit will, ne? Eine Fischreuse, die nicht im Wasser steht, ne? Total cool. Da ergibt sich mir der Sinn noch nicht, ne? Guck mal hier. Da bin ich ja mal gespannt. Da bin ich ja echt jetzt mal gespannt, wie die funktionieren soll. Aber Calvin war hier mit Stöcker-Sammeln echt mal fleißig. Da kann man jetzt gar nicht mal meckern, ne? Da war er gut. Bei Baumstämmen ist er nicht so gut. Aber hier hat er einen guten Job gemacht. Guck mal hier, ey. Jetzt kommen wir mal an Pfeile. Jawohl. So, ein Schnuck fehlt noch. Ja, guck mal. Tut mir ja leid. Aber ich will noch was ausprobieren hier. Ist schon fies, ne? Könnte man das hier jetzt dran kleben, oder was? Nein, nicht essen. Ah, das gibt doch bestimmte Lebensmittelvergiftung oder so. Na, Mist. Na, zumindest hat es auch ein bisschen gesättigt hier. So, das Bett wollte ich noch fertigstellen. Ja, und hier kann ich jetzt schlafen und speichern. Sehr geil. Ja, genau so habe ich mir das gedacht. Sehr geil. So, dann haben wir noch schönes Möbel. Ja, da brauchen wir jetzt noch nicht gucken, ne? eine Wandfackel, eine Holzbank und Tisch, Steinlager, Stocklager, ähm, Stammlager. Das wollte ich noch aufbauen. Gerne auch zwei Stück, ne? Konnte man das auch vergrößern? Ne. Schade. Im ersten Teil konntest du ja diese Stammlager vergrößern, ne? Vielleicht kommt das ja auch noch. Die Hotkeys haben sie mir gebracht. Gut, fürs nächste Mal können wir Stämme sammeln. Das ist gut. Oh, entschuldigt, bitte. Ich bin eine alte Sau. Noch ein Lager brauche ich noch nicht. Trockengestell. Siehste, was ich da gebaut habe, ist wahrscheinlich eher ein Zaun. Egal, brauche ich noch nicht. Vogelscheuche hatten wir schon gesehen. Aber hier so ein Trockengestell. Das würde ich auf jeden Fall noch irgendwo hier hinbauen. Das würde ich tatsächlich hier an die Seite bauen. So. Nicht kaputt machen. So. Ja, hier, Stöcker sammelt da ganz gut, ne? Das ist eine super Sache. Und da hätte ich jetzt gerne das Fleisch dran gehangen. Und mach das weg jetzt hier. Ha. Das macht mir ein schlechtes Gewissen. Hier liegt noch. Hier schmeißt dann auch die Stöcker hin. Ja, alte Brenner. Echt. So. Ja, da war nicht gut Girschen essen, ne? Ja, wir müssen uns noch mal ein bisschen mehr umgucken hier auf der Island. Wir haben noch lange nicht alles entdeckt. Wir brauchen noch diese eine Höhle, wo es diesen Drucker gab. Da waren wir noch nicht. Hier haben wir aber auf jeden Fall jede Menge Stöcker. Ach, was ich noch mal ausprobieren wollte, war ja hier die verbesserte Axt. Die haben wir doch jetzt. Dann benutzt die doch mal. Guck mal einer an. Es gibt trotzdem nur einen. Aber geht halt schneller, ne? Ja. Wir können auf jeden Fall ordentlich Stöcker sammeln im Gegensatz zum ersten Teil. Das Ding gibt vier Stück, ne? Diese gut. Die Dinger sind wirklich cool, ne? Eie. Ist das windig hier? Schon ein krasses Stürmchen hier. Jo. Heftiger Wind hier. Heftiger Wind. So. Dann würde ich mal gucken, in welche Richtung wir jetzt gehen. Jetzt haben wir ein paar Sachen gebaut hier. Guck mal eine an. Hier kannst du dann einfach irgendwas hinhängen, ne? Siehst du, wenn du was hättest. Haben wir aber gerade nicht. Aber gut, beim nächsten Mal wissen wir Bescheid. Jetzt baut auch noch mal so ein Stocklager hier. Ne, nicht vor die Tür, aber doch, jetzt macht das Sinn, ne? Ne, zurück, zurück, zurück. Stammlager, Stocklager. Dann können wir nämlich beim nächsten Mal noch mal ein paar Stöcker sammeln wieder. guck mal ein paar Mal der Calvin hier wieder fleißig war. Weißt du, fein gemacht, mein Freund. Calvin, befolge mir. so, ist gut, hat er verstanden. So, und jetzt gleich hier die Stöcke reinpacken. cool. 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 Sehr, sehr nice, ja. So, würde ich sagen, wir gehen jetzt mal wieder ein bisschen gucken hier. Kikidi, guck, kikidi, guck, aber wo gehen wir hin? Sonst sagen, wir gehen mal in die Richtung so ein bisschen und gucken uns da um. Ja, würde ich so sagen, ne? Die Richtung, die Richtung, die Richtung, die Richtung, so. Ja. Fert mal, oder gehen wir in die Richtung. Quasi nach da hin. Komm, lass uns mal in die Richtung gehen. Ja. Dann hole ich euch dabei, wenn es irgendwas Spannendes gibt. Und ansonsten würde ich sagen, bis gleich. So, jetzt bin ich hier am Strand, wo wir im Livestream damals abgestürzt waren. Wo diese aufgespießten Typis waren. Da vorne ist eine Höhle, die gehen wir gleich rein. Jetzt wollte ich hier einmal gucken, ne? Hier gab es doch auch irgendwas bei den Typis hier, oder? Waren die Kisten nur, weil wir hier abgestürzt waren beim letzten Mal. Ja, den haben sie hier aufgespießt. Den Kollegen, da gibt es aber auch nichts. Und hier bei ihm, hier liegt ein Helm. Kann ich den nehmen? Schade eigentlich. So als Schutzanzug wäre das doch ganz cool, ne? Hehehe. Ja, aber hier ist sonst nichts, ne? Dann war das nur, weil wir hier abgestürzt waren. Okay, ich würde mich nämlich da mal weiter durchboxen wollen. So, rum. Und da hinten waren wir auch noch nicht. Also, wir können ja noch jede Menge entdecken, ne? Jetzt gehen wir erst mal in die Höhle hier vorne. Ja. Die checken wir mal ab. Was ist das denn hier? Achso. Ja. Das ist ein Stock. Gut, gehen wir mal hier in die Höhle. Ja. Also, wo habe ich meine Axt? Hier auf der 1, ne? So einfach ist es. Äh, da fehlt noch was. So. Dann müssen wir mal gucken, dass wir die Taschenlampe in die Hand kriegen. Weil sehen tun wir hier quasi gar nichts. Aber da sind Lichter, ne? So. Ah. Äh, dann nehmen wir den Speer in die Hand. Ah, so geht's aber, ne? So. Munition, 9 mm. Sehr gut. Guter Mann, hast du gut hier liegen lassen. Was haben wir hier? Achso, kannst du an und aus machen. Mehr brauchen nicht. Oh, eine Taucherflasche. Oh, eine Taucherflasche. Wo ist das Ding hin? Da. Da. So, mehr gibt's ja nicht, oder was? Das war die Höhle. Ach, hier liegen zwei. Hier liegt auch noch einer. Wie geht's da noch weiter, ne? Was haben wir denn da? The Sunset Times. Puff Corp. Outbird Sahara Therapeutics for Rimone Island. Okay. Okay. Dann bitte wieder den Speer in die Hand. Fledermäuschen. Ach, das ist das Geflatter von der Fledermaus. Tun ja wohl hoffentlich nix. Außer mich erschrecken. Hä? Da ist doch nix. Wo leuchtet er denn da hin? Er leuchtet da hin. Aber da ist nix. Außer Wasser. Äh, dunken? Oha. Oha. So, hier leuchtet es wieder. Ähm, ja. Kann man sich hier ja gar nicht verlaufen. Aber es ist auf jeden Fall neblig hier. So, ich hoffe, ich finde hier wieder raus. hier geht es noch mal runter. Okay, waren wir hier schon? Nein, hier waren wir noch nicht. Definitiv nicht. Hier ist irgendwas. da liegt da auch noch so ein Kollege. Hat der noch eine Taschenlampe hier liegen gehabt, oder was? Nee, nee. So, ups. Aber hier sind keine Feinde, ne? Liegt vorm Paddel rum? Da oben hängt ein Paddel. Ah, du ahnst es nicht. Oh, oh. So. Okay, hey, 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 hey. Nee, 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 nee. Oh, scheiße, scheiße. Also mit dem Speer ist scheiße hier, ne? Wo ist er denn jetzt? Guck mal. Ähm. Guck mal, was du mit dem Bogen machen kannst. Ah, dann rennt er weg. Okay. Oh, keine Pfeile mehr. Drei. Licht an. Äh, hier, Speer. Und da war es nicht aus. So, ich glaube, ich fange dann wohl vom Speicherpunkt aus wieder an. Oha. Oha. Ja, der war aber auch hart, ne? So. Erlädt. Genau. Genau. Wir machen jetzt mal für heute, äh, hier wieder Schluss. Ich komme morgen, oder in der nächsten, ja, morgen kommen wir dann nochmal wieder hier an der Höhle raus. Ich gehe dann schon mal für uns bis nach hierhin. Und dann hoffe ich, dass euch die Runde heute gefallen hat. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn euch interessiert, wie die Reise auf diesem Kanal weitergeht, äh, dann abonniert ihn euch, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten freue ich mich über eure Kommentare, bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.